Meine Arbeit Mein Name ist Leon. Ich arbeite in einem Supermarkt. Mir gefällt meine Arbeit sehr. Jeden Tag begegnen mir viele unterschiedliche Kunden. Ich helfe ihnen, alles zu finden. Wir haben ein großes Angebot. In unserem Supermarkt können Kunden Lebensmittel kaufen. Wir haben Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst, Fisch und Fertigprodukte. Natürlich verkaufen wir auch Brot, Milch und Käse. In einem großen Regal gibt es Chips und Knabbereien. Süßigkeiten, Öl und Essig, Reis und Nudeln stehen in einigen Regalen. Es gibt sogar ein Regal für Küchenutensilien. In einem anderen Regal finden unsere Kunden Toilettenpapier und Duschgel. Manche Kunden kaufen bei uns Hundefutter. Andere brauchen eine neue Haarbürste. Wieder andere Kunden kaufen sich nur eine Zeitung. Oder sie holen sich eine Cola oder einen kleinen Snack. Mit ihren Einkäufen gehen die Kunden zur Kasse. Ich mag es, an der Kasse zu sitzen. Ich spreche immer freundlich mit den Kunden. Nach dem Bezahlen wünsche ich ihnen einen schönen Tag. Viele Kunden kommen jeden Tag. Zu den Feiertagen schenken sie mir manchmal etwas. Ich finde meinen Job wunderschön.